Ich glaube nicht, schätzen die Grell-Taten in was soll ein Haus Gottes sein. Der Pastor hatte ein Gottrecht als amerikanischer Staatsbürger und einem Christen für eine Berufung. Gegen seine unrechtmäßige Kündigung aus der Arbeit der Pastor-Datei. Der Diktator des angeblichen Kirche, hat keinen Respekt für die Kircheverfassung. Die Verfassung der Vereinigten Staaten, noch der Diktator keinen Respekt für Jesus Christus. Unseren Herrn und Retter. Ich hoffe, dass dieses Haus des Bösen geschlossen ist unten. Möge Gott erbarme sich jene Seelen der Menschen, die sich bereits verdammt zur Hölle.